Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Grid Autosport. Wir sehen, wir fahren auf dem Red Bull Ring. Und zwar habe ich schon 21 Punkte auf dem Konto. Das liegt daran, dass ich schon gefahren bin. Für die, die es nicht wissen, das war in der letzten Folge schon so. Also das ist jetzt der zweite Teil, so gesagt. Und ja, es ist Schlechtwetter bei mir. Bei mir, bei uns, in der Schweiz. Viele haben mich auch auf Instagram übrigens gefragt. Ich habe so gesagt, ich habe Schule, habe ich dann so gesagt. Also ich habe mir so ein Foto hochgeladen und habe so geschrieben, ich bin müde, weil ich Schule habe. Und dann habe ich so lange gefragt, hä, wieso hast denn du Schule? Und ich so, ja, ich komme aus der Schweiz. Und für alle, die es halt nicht wissen, ja, ich komme aus der Schweiz und habe schon seit zwei Wochen Schule. Und für euch sollte die Folge am Samstag rauskommen. Das heißt, ich habe da auch schon Wochenende. Kannst du da auch ein bisschen gechillt nehmen. Aber jetzt hier Mittwoch, schlimmster Tag. Morgen, von morgen bis abends richtig viel Schule. Wir starten von Startplatz 8. Sicherlich nicht meine Lieblingsplatzierung. Weil ich eh wieder weiß, dass das, äh, nicht, ähm, Dingens geht, äh, weil das eh wieder schief geht, ähm, ja. So, da geht, kannst du auch von mir aus gleich lass gehen. Also, wenn ich nicht, wenn nicht niemand was dagegen hat. Und ich sehe schon, wir haben einen Portugiesen auf Platz 4. Ja, wer das, wer sich noch erinnern kann. An die, glaube ich, 38, 37 Folge. Da gibt, da heißt ja ein Part, Portugiesen nicht, lasst Portugiesen nicht ans Steuer oder so. Äh, schaut diesen Part unbedingt. Dann werdet ihr auch herausfinden, wieso. Erstmal jetzt aber dieses Rennen hier. Ja, ja, danke. Vieh. Boah, da habe ich ihn ja noch mal abgefangen. Und schon wieder bin ich letzter, ey. Verdammtes Dreckspiel. Verdammte Arsche, ey. Ich könnte langsam kotzen. Und immer bin ich involviert, ist ja klar. Naja, aber ich komme da schon noch mal. Ja, ganz weg von der Platte bin ich noch nicht. Das könnt ihr mir glauben. Ja, da werde ich jetzt noch mal alles geben, zwei Runden lang. Und ich da noch mal rankomme. So, der erste ist schon mal überholt. Das ist ja auch nur eine Dingens, eine KI. Der zweite ist überholt. So, die zwei sind auch gleich mal noch fällig. So, der nächste ist in der Kiste hinter mir. So, das ist ja schon neunter. Das wird noch was. Ein Rennen mit Aufholjagd. Das ist ja ein bisschen das, was wir eigentlich sehen wollen. Rennsport mit überholen und all das. Oh, oh, oh. Da haben sich aber ein paar gedreht. Ja, da bin ich schon siebter. So schnell geht's und dann ist man schon wieder vorne. Deshalb bei Grid nie aufgeben bis Rennende. Linie überfahren. Schon wieder, eh. Dann wäre ich an dem vorbei gewesen. Ja, aber mit Platz sieben bin ich noch nicht ganz zufrieden. Platz fünf wäre doch noch mal was Schönes. Oh Gott. Aber so richtig weit hinten bin ich nicht. Also ich habe dagegen den Führenden noch mal Zeit gut gemacht. Und jetzt bin ich schon fünfter. Jetzt bin ich schon fünfter. Noch mal doch ein Traumresultat zum Schluss, ey. Der hat abgekürzt. Meine Chance vorbeizugehen. Jetzt sind wir schon auf vier. Jetzt sind wir schon auf vier. Ist doch geil. Das ist halt eben Grid. Ja komm, komm, komm. Macht euch noch fertig da vorne. Ach, schade. Und dann ist es doch noch der vierte Platz am Schluss. Ist ja gar noch die schnellste Rennrunde. Also ganz unverdient. Vierter bin ich ja nicht geworden. Also super Rennen. Und ich glaube, das wollt ihr auch sehen. Dass aber ein bisschen Action hier im Rennen ist. Und wo ist hier der letzte? Der kommt auch noch. Also Platz vier nochmal richtig hoch gekämpft. Und jetzt werde ich mal im letzten Rennen noch mal alles geben. Platz vier. Platz vier. Gibt ja nur 14 Punkte. Obwohl ich da noch den Pluspunkt bekommen habe für die schnellste Rennrunde. Da kriegen wir nochmal 9.000 Credits. Ihr wisst ja schon, was ich meine mit dem. Und das werden wir nochmal an den letzten Event fahren von diesem Cup. Und mal schauen jetzt, wo die Punktetabelle sich so... Nein! Viele wissen jetzt, warum dieses Nein kommt. Und zwar, weil das meine Hassstrecke ist. Das ist meine absolute Hassstrecke. Also wenn du hier von hinten startest, dann kannst du hier vergessen, überhaupt 10. zu werden. Also wenn es das 12. Start ist. Oh Gott, ich hoffe einfach, ich starte von 1 oder von 2. Das wäre natürlich perfekt. Aber wie ich Grid kenne, werde ich wieder von 7 oder von 6 starten. Also mitten im Feld. Mitten im Feld! So, ein Rennen. Wahrscheinlich auch 2 Runden. Ne, hier sind es 3. So, komm schon. Ja, 3. Startplatz 3. Mit dem können wir leben. Das ist gar nicht so schlecht. Okay. Obwohl ich die Strecke immer noch hasse, auch wenn ich von mir aus als Erstag starten würde. Wenn ich gewinnen würde, würde ich sie auch noch hassen. Und wenn ich immer gewinnen würde, würde ich sie ja nicht hassen. Also, ich habe hier schon auch Off-Air nicht gerade die besten Erinnerungen. deshalb meine Herzstrecke. So, hinter mir auch der Startplatz frei. Das ist auch nicht schlecht. Dann kriegt er keinen Windschatten. Und dann geht's jetzt los. Entschuldigung, aber der ist wirklich stehen geblieben. Also, der ist wirklich stehen geblieben. Ich habe da halt aus Reflex rübergezogen. Tut mir leid. Aber schau mal, der leckt ja auch rum wie Sau, ey. Ich kann's einfach nicht fassen. Ich hasse dieses verdammte Grid-Spiel eigentlich. Ich hasse es so sehr. Aber ich werde es für euch dennoch spielen. Jetzt kann ich's vergessen, dass ich dann auch nochmal nach vorne komme. Ich kann's jetzt vergessen. Ich habe den Anschluss verloren. Kein Windschatten, nix. Außer die machen hier noch genau das, was jetzt der da gemacht hat. Geh weg. Holy shit. Holy shit. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Und da vorne dreht sich wieder einer weg. Ah, ich habe mir ja vorgenommen, dieses Rennen zu gewinnen. Oh nee, oh nee. Jetzt ist dieser lecker bei mir. Das ist doch nicht... Das ist nicht dem sein Ernst, ey. Jetzt habe ich diesen scheiß lecker hinter mir. Kauft euch mal normales Internet, ey. Äh... Das Krasse finde ich auch, wenn er dann vor mir ist, erscheint er wieder und dann fahre ich in den rein, oder? wie ich es kenne. Ja, ich hoffe, ich kann den jetzt noch eine Runde hinter mir halten. Er leckt. Er leckt so hart rum. Oh shit. Oh shit. Aber das ist... Das habe ich jetzt gemeint. Ich meine, ich habe jetzt nichts gemacht. Ich habe jetzt nichts gemacht und da werde ich jetzt noch fünfter. Und dann erscheint der und dann ist er in mir drin und dann... Ja. Grid-Konzept halt. Ja, okay. Platz 5. Wenn euch die Folge dennoch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Äh... Abonnieren nicht vergessen. Ihr dürft das Video teilen auf Facebook, auf Twitter, auf anderen Social Media Network Seiten. Ihr könnt mir jetzt neuerdings, oder mittlerweile nicht mehr neuerdings, auf Instagram folgen. Ich werde den, äh... Insta-Namen unten in die Videobeschreibung setzen, weil wenn ihr nur Greaser HD eingibt, findet ihr mich nicht. Ähm... Ja, macht einen Shotout von mir. Was ihr Lust habt, Weiterempfehlungen. Ja. Ich bedanke mich für's Zuschauen und... Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.